Du darfst auf keinen Fall da reinrennen, dann wirst du langsamer, ne? Ich habe mit allen geschlafen und hier ein stumpfiges Winkel. Ach, das grüne Leiste ist dann heiß, dass ich mich vergifte. Ich verstehe, jetzt habe ich es gerade gesehen. Die grüne Leiste wird dann nämlich langsam voll, so kann man sie vergiften, man sich. Jetzt hörst du aber langsam mal auf damit, jetzt reicht es ja auch. So, klar ist es deine Schuld. Achtung, ich gehe rüber jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob da so ein... Okay, wir können dann nach links raus, da ist platt auf jeden Fall, der Vogel ist auch platt. Alles klar. Nice, Geld eingesangelt. Hier waren wir doch schon mal, hör doch mal wieder auf. Hier waren wir schon mal, ne? Ah, eigentlich gar nicht. Überdiese reicht das ganze Geld. Habe ich jetzt echt übersehen, ja. Was war das fast? Das ist ja auch nicht. Hä? Guck mal, hier waren wir doch schon mal drin, ey. Hier, komm mal rein. Hier ist aber auch... Okay, hier ist nichts. Nee, nee, da ist nichts. Ach so, das... Guck mal, jetzt hat er mich... Wenn die Leiste voll ist, dann macht er irgendwas. Dann bleibt mein Mensch da irgendwo stehen. Guck mal, jetzt ist die Energie irgendwie leer oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Oh. Ey, nochmal und du fliegst raus hier aus dem Spiel. Was? Du hast ne Meise holen, was ist das? Ich weiss das nicht. Mach's ja mal... Heb's doch mal hoch. Hä? Was ist das? Ich weiss das nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ja, was macht die? Guck mal, hier unten ist irgendwas. Hier ist ein rosanes Häuschen. Komm mal mit. Oh, was ist das? Das ist keine Ahnung. Blöder Mäuse. Wir sollen ja Ratten kaputt machen. Ich mach gerade mal die erste Ratte kaputt. Du, wir sind zu schwach, weißt du das? Wir sind irgendwie noch zu schwach. Wir brauchen unbedingt... Wir müssen uns unbedingt was kaufen. Was auf, genau. Bleib da unten, dass dir nicht passiert. Ja, ich hab schon Essen mehr gekriegt. Ich sammle das Geld noch rein. Oh, ist das Geld weg? Ach, das geht auch noch schnell weg. Das ist ja auch gemein. Was auf, ist... Ach, du brauchst nicht zu essen. Siehst du, du bist ja wieder gesund. Was ist denn das? Ach so, guck mal, wir haben doch auch... Haben wir nicht ein Band, was... Wir müssten doch alleine mehr Gesundheit kriegen, oder? Warte mal, wir haben doch... Ja, ja, wir haben... Ja, wir müssen mehr Gesundheit kriegen. Das hier? GIPI-Reneration. Gesundheit regeneriert sich automatisch, steht hier. Genau, ja, hab ich vorhin gesehen. Ich hab vorhin einen Lebenspunkt mehr bekommen. Na, aber guck mal, ich sehe hier gar nichts. Warum? Bist du da nichts? Doch, jetzt, 77 hab ich jetzt. Hier kann man nichts machen. Kann man hier was machen? Nö. Okay, es wird langsam, ja, aber es wird mehr. Komm mit. Jetzt gehen wir mal... Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt, ähm... Guck mal, dass... Nach links. Siehst du irgendwo noch so ein Pfeifenhaus hier? Wie so ein Pfeifenhaus? Na, so ein Pfeifenbus. Musst du schon richtig sagen. Ich muss schon ausdenken. Das kann nicht. Wir haben fast 300 Taler. Das heißt, wir könnten uns noch ein paar Aufkleber kaufen. Ah, das hat mir 500. Okay, da oben ist... Das ist das Spielzeugding. Aber das Problem ist, wir kommen jetzt hier nicht hin, weil wir... Aber da sind wir nämlich meistens genau. Ne, genau. Und ich suche jetzt nach so einem Pfeifenhaus. Es muss doch ein Pfeifenhaus irgendwie sein. Lass uns doch nur erstmal in die Lina schauen. Da, da, da ist das Pfeifenhaus. Gucke. Ah, ja, ja. Ich hab's aktiviert. Jetzt können wir erstmal in die Stadt zurückgehen und können wieder hierher fahren dann. Warte, lass uns erstmal hier aufräumen. Aua. Au, 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 au. Na gut, wenn man die so einfach platt kriegt hier, wie das jetzt, dann ist das mit der Gesundheit auch kein großes Problem, ne? Guck mal hier, guck mal hier rein. Was ist denn das hier? Ach, das ist bloß der Bushaltestelle. Das ist die Bushaltestelle. Genau, da hast du recht. So. Ey, wie viel Geld holst du denn hier raus, dass du überhaupt nicht eingermitst? Wir müssen jetzt nach unten gehen. Oder wollen wir nach oben, wo wollen wir hingehen? Na ja, gut. Hier oben müssen wir uns jetzt merken. Wir sind jetzt hier oben, wo wir, oben links, merkt ihr mal diesen, guck mal, merkt ihr mal den Platz, wo wir gerade sind, da oben links das blaue Feld, ne? Da ist das, da können wir uns ein Spielzeug holen aus diesem, da brauchen wir aber vorher auf jeden Fall ganz viel zu essen. Da müssen wir auf jeden Fall eine Menge zu essen holen. Machen wir uns mal ein bisschen Licht an. Ach, das war keine Absicht. Bin jetzt aus Versehen falsch gelaufen. Weinen oder so. Doch mal. Oh, beim Felsen. Da war es nicht. Ja. Oder lies nochmal. Was steht hier? Da steht Klippen beim Silberbund. Klippen beim Silberbund. Da waren wir aber noch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Ist hier auch so ein Pfeifenhaus? Ne, aber hier unten steht... Aber, aber da... Wer hat denn da? Wie war es mit einem kleinen Abenteuer? Drückt mal X. Vielleicht habe ich einen Schlüssel gefunden. Zusammen mit einer Karte, die darauf hindeut, dass beim Acker vom Gnadenbüchel könnte was versteckt sein. Drückt mal X. Willst du rauskriegen, was dort ist? Ich gebe dir die Hälfte von dem ab, was du da zu finden hast. Okay. Wir müssen beim Acker vom Gnadenbüchel irgendwas suchen. Also drückt mal X. Wir müssen also jetzt mal auf die Karte gucken nachher. Ähm, wo wir hin müssen. Dann gucken wir mal hier. Wir sind hier... Aha, wir gehen jetzt mal nach... Tja, wo gehen wir jetzt mal hin? Weißt du, was ich erst mal machen würde? Ja, den Baum machen wir erst mal platt, genau. Genau, genau. Ich bin auch fast wieder gesund. Na, du bist fast wieder gesund. Ne Milchstüte, guck mal. Hä, die wollte ich dann sammeln. Ich hab nur noch eine... Na, wir haben doch... Das, was wir haben, gehört das doch zusammen. Hä, das gehört uns nicht zusammen. Wenn du was weg ist, habe ich auch nichts mehr. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Da wollte ich eigentlich nicht... Ich wollte eigentlich zum weißen... Ach doch. Alles klar, doch. Pass auf. Wir gehen rüber. Hopp. Und dann müssten wir runter gehen. Und du ja nach links. Ah, ah. Klippen beim Felsstau. Ne, beim Felstau, würde ich sagen. Haha. Felsstau. Au. Hast du gesehen? Hint der Attack. Ja, meine Gesundheit. Warum drückst du immer X? X brauchst du nicht drücken, meint er da in den Men in Camps. Entschuldigung. Hä, war... Na, retten wir das jedenfalls nicht. Ja, das war das da. Steht da über uns im Kopf. Die sind auch nicht vergiftet oder so. Jetzt müssen wir runter und unten... Guck mal, hier ist eine Höhle. Was ist das? Warte, was steht da? Kaverne vom Hals... Das ist eine... Was? Taverne? Ne, Kaverne vom Halssieder. Oh, oh. Komm, wir gehen mal in die Hütte rein hier, wollen wir mal sehen, was da passiert. Ist das ein Dungeon? Ist das eine Höhle, wo man sich durchkloppen muss? Durchkloppen heißt ja auch immer viel Geld verdienen. Und sich mitmusten. Kaverne vom Halssieder. Tatsächlich. Was ist das? Wir... Regelpunkt. Wir leuchten. Startsequenz eingeleitet. Regelsystem der Insel der Überprüfung besteht bereit. Willkommen in Kaverne vom Halssieder. In Übereinstimmung mit Dekret... Des Prüfungsministeriums unterliegt dieses Verlies dem Anforderungssystem für Ditto. Insel der Prüfung. Alles klar. Also heißt das, wir müssen jetzt hier durchkloppen. Du kannst die Regeln für dieses Verlies nach Belieben verändern, indem du auf deinem Steuergerät auf Options drückst und dann auf Status. Verwüstung. Bomben richten sich jetzt den Schaden an. Aha. Jetzt weiß ich aber natürlich überhaupt nicht, was das hier für einen Sinn hat. Jetzt sind wir natürlich in den neuen Verlies drin. Wollen wir uns mal... Wollen wir uns mal... Wir müssen uns noch einfacher auf den Schein stellen, dann wird das auch angekommen. Ah, Zombies! Jetzt will sie natürlich überhaupt nicht. Das wird doch wieder so sein, dass wir brauchen unbedingt... Wir müssen nach Hause. Genau. Also... Wir wollen ja Ratten erstmal bekämpfen. Wir schaffen dann erstmal die Quests zurück. Mois! Hier geht's auf jeden Fall Bomben zu holen. Das ist schon mal nice. Ja, da... Ja! Auf! Auf! Na, hör auf! Nicht ins Loch schmeißen. Hör mal bitte auf, damit X zu drücken. Ich verbiete dir die X-Taste. Dann kann ich dir doch nur... Okay. Dann kann ich halt auch nicht das Geld einsammeln. Naja, aber ich nehm dir die X-Taste weg. Wirklich. Warte mal. Die Gefahr ist mir zu groß. Wenn wir beide runterfallen, sind wir tot. Okay, jetzt gehen wir nach da drüben. Aber wenn die da reinfallen, dann formen wir wieder hier neu. Ich ess mal eben schnell... Ach, guck mal an. Da kommt der hier an. Nicht reinfallen. Warte. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Machen sie von hier Platz. Machen sie das große viel. Komm rüber, komm rüber. Du fällst doch bloß da ins Loch. Ach, komm weg! Komm bitte weg da. Komm vom Loch weg. Was? Ja, mach ihn fertig. Alles klar, der ist da drin eingesperrt. Schreibt mal nicht. Komm hier weiter. Auf jeden Fall gibt's hier Gold... Guck mal, hier gibt's Gold und Essen zu holen. Siehst du das? So, hier ist ne Tür. Warte mal, ist das hier oben? Hier ist was. Das hab ich jetzt gemacht. Ah! Schnell durch die Tür durch. Ja. Haben wir's geschafft? Mäuse. Oh, Mäuse. Genau, Mäuse sind gut. Die musst du platt machen. Wir müssen 20 Ratten platt machen. Warte. Warte. Wow! Okay. Bäm! Bäm! Joschuh! Bäm! 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 eingesammelt damit so jetzt kommen wir hier oben fackeln hast du eine fackel so vögel haha den erste block du musst aufpassen wenn die vögel kommen nein ich bin das loch gefallen es zieht 15 lebenspunkte ab pass auf wenn der vogel kommt muss es denn hauen so hast du gesehen gut geklappt hat das ich nehme dir die x-taste ich baue sie aus aber wirklich warum 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 was willst du immer hochheben achte wo stacheln ratte riesenratten aufpassen stacheln guck mal aber das gold geht gleich weg das geht schnell weg so heute hier ist noch die wasen diverse wasen das war um kam ja aus der wase raus so jetzt gehen wir nach rechts oder wo geht man hin warte mal karte rechts kommen nicht durch da braucht man schlüssel für gut gehen wir hier oben schlüssel raus was ist das da sie sehen wir machen wir alle geld warte ich mach den kreis da triffst du den nicht? ok dann geh mal hier rein heb mal den keks auf bitte da unten den achten stein was? hey wenn du jetzt noch... Achtung weg da! vergisst du uns! sammelst du das gold ein wo ist denn jetzt hin? die ist unten wenn die runter gehen dann... ich schließe ab! Achtung weg weg! weg! ok das geld so weg da! aber die macht halt keinen schaden dieses ding ne wir brauchen einen bogen oder sowas aber das ist ziemlich cool so jetzt gehen wir hier rüber ist einfach nixig Achtung die gehen runter na komm ne gehen sie nicht außer du machst die gelben dinger wieder blau das war so klar dass ich hier ausgerechnet angebrannt werde die hat auch gequalmt ich hätte es sehen können guck mal da unten ist eine mit Gift siehst du das? hier guck mal geld dann gehen wir mal hoch die machen wir platt erstmal die doofen vögel einen haben wir noch einen haben wir jetzt mach ich mal die ganzen vasen hier alle so platt ach so da oben ist wieder ein hebel zum ziehen oder? oh geh du da drüben hin ziehen das ziehen wir gleichzeitig los komm drüben ist rangehen und x drücken jetzt runter ziehen ja genau Achtung Achtung machen wir schnell platt das viel ja und nochmal Achtung nochmal dann zieh doch nochmal warte na geh hin kannst du das geld holen ohne dass du dich vergiftest? jetzt schnell geh das geld holen und dann rennen wir da oben durch hol das geld hat geklappt hat geklappt hat geklappt oh oh eine sonnenblume die war relativ schnell fertig wo kam denn das? zombie meinst du denn her jetzt? aus ner Wase da liegt nen Kuckli den brauchen wir auf jeden Fall so hier können wir jetzt auf jeden Fall wir haben keine Spitzhacke Achtung Halt Abstand vor dem Wagen genau können wir was machen Achtung hier gibt's Geld zack toll super war das Achtung ich dachte das ja nicht Achtung aufpassen schnell durch schnell durch ok jetzt hier ich geh da ey lass mich doch mal runter dann zieh du das zieh du das falsche Richtung du musst die andere ziehen zieh zieh die gold die gold ja so den haben wir ja genau aufschlag geschlossen wir haben auf jeden Fall genug Ratten auch gekillt das ist gut Gold das ist viel Gold ich hab nen Helm hast du nen Helm? das hat Geld und wir müssen diese kaputten wir müssen auch die Helme hochnehmen und wegschmeißen die 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 auch ja brauchst du bloß kaputt machen den Helm wir müssen den Schlüssel finden hast du schon irgendwo einen Schlüssel? ich hab ihn gefallen ich hab ihn gefallen nein ich hab ihn runtergefallen na gut aber wir haben auf jeden Fall was zu essen eingesammelt eine ganze Menge ja ach so wir kriegen warte 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 komm mal her komm mal zur Tür ach so das kriegen wir so nicht das ist toll na pass auf die werden uns aber runter schubsen wenn wir jetzt in die Richtung laufen kriegst du zu mir gelockt? komm her ja warte warte der kommt nicht zu mir ja kann man den anderen wenigstens anlocken? doch Hertha komm doch der kommt der kommt der kommt der ist Geld runtergefallen ja ja ach so nicht runter schürzen komm weg da warte wir müssen hier am einen gehen den hab ich wir müssen hier anlocken und dann ganz schnell am einen ich will mal gucken ob wir den roten rüberlocken können warte ja 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 aber ob der jetzt kommt ist die Frage wir bräuchten einen wir bräuchten einen jetzt bekommt es jetzt bekommt es das ist es